Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Gute Nacht. Schau! Also dann, Erzwo. Wohin jetzt, Erzwo? Dein stummeliger Astrum, ich kann dir jetzt auch nicht kümmern. Der Kerl ist noch hier. Der Kerl ist noch hier. Wir sind nah. Ich spüre Count Dooku. So wie ich. Gehen wir weiter. Wir haben keine Zeit für weitere Ablenkungen. Wir müssen zum Kanzler. Wie gerufen, Erzwo. Ich glaube, Erzwo macht es langsam Spaß. Seid ihr jetzt froh, dass er mitgekommen ist? Zieh mir. Wir sind drin. Meister, wir sind da. Kanzler. Geht es euch gut? Count Dooku. Darauf hatte ich mich bereits gefreut. Kanzler. 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 Ja, Nazi! Skywalker, soll ich hier zu hand gehen, um hier hochzukommen? Hahaha! Ihr könnt es schaffen, Hound! Schau! Das ist ja noch nicht. Uh! Ah! 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 Oh! Ja! Ja! Oh! Ah! Ja! Ja! Du es. Jedi Abschau. General Grievous. Dieses Mal nicht. Oh. 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 Schneidet euch bitte an. Ich ernenne dich zu meinem persönlichen Vertreter im Rat der Jedi. Der Rat wählt seine Mitglieder selbst. Das wird er nicht akzeptieren. Ich glaube schon. Sie brauchen dich. Und wieder eine Bilderbuchlandung. Mehr als du ahnst. Kanzler Palpatine. Da Count Dooku nun tot ist, wird der Krieg sicher zu Ende gehen. Der Senat wird für die Fortsetzung des Krieges stimmen, solange Grievous am Leben ist. Oh Anakin. Aha. Du hast mir gefehlt, Padme. Etwas Wunderbares ist geschehen. Oh, das ist wunderbar. Was sollen wir jetzt machen? Anakin! Es ist mir gleich, ob sie von unserer Heirat wissen. Anakin! Komm, Anakin. Der Rat der Jedi verlangt unsere Anwesenheit. Von Palpatine persönlich in den Rat ernannt? Was für eine Ehre. Natürlich, Meister. Es wird interessant zu sehen, was ihr alten Jedi dort so treibt. Haha. Wir sind nicht alle so alt wie Yoda, weißt du. Aber mit dem Alter kommt Weisheit, Anakin. Vergiss das nie. Ich kann es kaum erwarten, diesem Krieg endlich ein Ende zu setzen. Immer schön der Reihe nach, Anakin. Geht. Das war's für heute. Das war's für heute.